Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Jana liest. Heute lese ich bzw. fange ich mit einer neuen Harry Potter Fan-Fiction an, nämlich mit Hidden Lies von der lieben Mary. Ich hoffe sehr, dass sie dir genauso gut gefällt wie mir und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem ersten Kapitel. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonniert, abonnierst, likest, teilst, kommentierst und mir auf Instagram folgst. Außerdem danke ich heute der lieben Andrea und der lieben Sandra für ihre kleine Spende auf Paypal. Vielen Dank dafür. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, kannst du das sehr gerne über den Link unten in der Infobox tun. Das Geld wende ich lediglich für Hosting und technischen Ausbau dieses Podcasts an. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für jegliche Art von Unterstützung und wünsche dir jetzt sehr viel Spaß mit Überfall. Arthur saß am Tisch, nippte am Rotwein und lächelte. Immer wieder musste er sich ins Gedächtnis rufen, dass alles gut war. Der Krieg war vorbei, seine Familie gesund und er durfte hoffen, dass sie sich auf kurz oder lang vergrößerte. Heute war Mollys Geburtstag und immerhin ein Großteil seiner Kinder hatte es zum Abendessen geschafft. Ginny und Harry kamen zwar zu spät, aber sie waren bester Laune. Ron und Hermine waren dank Hermine bereits zum Mittag bei ihnen erschienen und hatten bei den Vorbereitungen geholfen. Fred war mit Lyra gekommen und auch wenn George der einzige war, der ohne Begleitung erschienen war, so neidete er den anderen ihre Beziehung nicht. Auch wenn es Mollys Geburtstag war, so konnte sie sich nicht davon abhalten, die Organisation der Küche an sich zu reißen und ihren Kindern und deren Partnern immer wieder Speisen nachzulegen. Der Herbst war dieses Jahr früh ins Land gezogen und die Kürbisernte war prächtiger als in den Jahren zuvor. So war der ganze Fuchsbau mit Kürbissen dekoriert und auch beim Abendessen spielten die kleinen orangefarbenen Gewächse die Hauptrolle. Seit die Kinder ausgezogen waren, versuchte seine Frau, die Leere mit Dekorationen zu füllen. Zum Leidwesen aller wurde sie auch nicht müde, alle an die plötzliche Stille zu erinnern, die ihr Auszug hinterlassen hatte. Auch wenn sie wussten, dass Mollys Herz vor Freude hüpfen würde, wurde das Thema Enkelkinder mit beinahe verbissener Vehemenz vermieden. Wer ihr doch einen Anlass zum Sinnieren gab, wurde schnell mit ihr in die Küche verbannt. Und trotz der kleinen Familiendramen war gerade alles gut. Lyra, wie ist der neue Job in der Apotheke? fragte Hermine vergnügt. Lächelnd nippte die Angesprochene an ihrem Glas und stellte den Kelch ab. Hervorragend. In der kommenden Woche bekomme ich eine Schulung und darf anschließend die Tränke selbst zusammenbrauen und verkaufen. Durch meine Zertifikate werde ich schon als nächste Teamleitung gehandelt. Das Ministerium erlässt wohl neue Richtlinien zur Erkennung der Muggelkunden. Offenbar wurden in letzter Zeit immer wieder Tränke und Pillen auch an unwissende Muggel verkauft. Muss ein ziemliches Theater in der Strafverfolgung gegeben haben. Arthur seufzte. Lyra hatte recht und auf der Arbeit war die Hölle los. Er wollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr seinen Ruhestand antreten, aber die neuesten Vorfälle hatten ihn abgehalten. Magische Gegenstände waren in Muggelhände geraten und sie wurden teilweise schwer verletzt. Seit sich nun auch Tränke dazugesellt hatten, hatten sie keinen ruhigen Tag mehr. Die Verfolgung der Straftaten im Zusammenhang mit Muggeln nahmen immer mehr zu. Noch immer bildeten sich viele etwas darauf ein, dass man sie als reinblütig bezeichnete und sie tobten sich an Muggeln aus. Nicht selten mussten im Anschluss Gedächtnisse gelöscht werden. Trotz der Tragik wollte Arthur lieber nicht über die Arbeit sprechen. Waren sie doch heute zum Feiern hier und wenn die Familie schon einmal versammelt war, dann wollten sie auch zusammen lachen. Lyra war gerade zu Fred gezogen und auch wenn sie zu Beginn ihrer Beziehung eher zurückhaltend beinahe eingeschüchtert wirkte, so war sie mittlerweile ein Teil der Familie. Fred hatte die ehemalige Hufflepuff kennengelernt, als er sich wegen verschiedener Verbrennungen täglich in der Apotheke neue Verbände kaufen musste. Ein neues Produkt für den Scherzartikelladen hatte noch erhebliche Mängel aufgewiesen und hätte die Zwillinge beinahe vollständig in Brand gesteckt. Die daraus resultierende Beziehung wurde von George regelmäßig scherzhaft als das fege Feuer seines Bruders kommentiert. George jedoch kam schon länger nicht mehr in Begleitung. Seine und Alice Wege hatten sich getrennt, nachdem sie sesshaft werden wollte, George sich jedoch noch nicht mit Haus und Hof Kinder hüten sah. Hatte er doch noch so viel vor mit dem Scherzartikelladen? Während Molly nun also die Torte auf den Tisch stellte und allen reichlich Sahne dazu servierte, wurde das heitere Beisammensein durch ein dumpfes Pochen an der Türe unterbrochen. Verwirrt schaute Molly ihren Mann an. Erwarten wir noch jemanden? Arthur wusste nichts von weiterem Besuch, zogte mit den Schultern und erhob sich. Ich werde mal nachschauen. George aber erhob sich zuerst. Lass gut sein, Dad, ich gehe schon, nuschelte er milde lächelnd. Die Zeit hatte ihre Spuren an seinem Vater hinterlassen und er war nicht mehr so mobil wie noch vor ein paar Jahren. Die Knie machten ihm in letzter Zeit zunehmend Probleme. Also schlenderte er zur Türe, um den unerwarteten Besucher zu empfangen. Er öffnete die Türe und staunte nicht schlecht, als er seine ehemalige Mitschülerin erkannte. Bücherwurm, was machst du denn hier? fragte er belustigt. Auf Anhieb wollte ihm ihr richtiger Name nicht einfallen, hatte man sie in der Schulzeit selten mit ihrem Namen angesprochen. Normalerweise hätte er sich einen Kommentar eingefangen, nun verdrehte sie nur die Augen und schaute ihn leicht gehetzt von unten an. Ich muss mit deinem Vater sprechen, forderte sie ohne weitere Erklärungen. Gerade als George sich umdrehen wollte, um nach seinem Vater zu rufen, hörte er schon, wie dieser sich ächzend erhob und zur Türe schritt. Geduldig wartete sie und versuchte, an George vorbeizuschauen. Isabella, hast du etwas vergessen? George hob eine Augenbraue, machte seinem Vater Platz, aber er blieb. Wollte wissen, was sie um diese Uhrzeit wollte. Ich nicht, aber du. Ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Gib das bitte deiner Frau, ich möchte mich für die Störung entschuldigen, aber ich habe keine andere Wahl. Sie drückte Arthur einen kleinen Strauß Blumen in die Hand und zog eine Akte aus ihrer Handtasche, kaum dass sie die Hände wieder frei hatte. Drängend drückte sie ihm das verknitterte gelbe Papier an die Brust. Verwirrt griff Arthur nach der Akte und öffnete sie. Die ist abgeschlossen, Fall gelöst, kommentierte er verwirrt. Isabella aber schüttelte den Kopf. Du hast aber etwas übersehen. Beth ist murgelstämmig und mit ihrer Freundin unterwegs gewesen. Ein Muggel. Arthur hob eine Augenbraue. Das wirft tatsächlich ein neues Licht auf die Sache, aber Isabella, das hätte bis Montag warten können. Nervös schaute die kleine Hexe sich um, als würde sie verfolgt werden. Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass du mir nicht vertraust, aber du hast gerade leider keine bessere Wahl. Beinahe entrüstet beugte Arthur sich etwas zu ihr herab, sprach milde. Isabella, das hatte nichts mit Fehlendem Vertrauen zu tun. Ich … Sie hob die Hand und unterbrach ihn. Spar es dir, ich verstehe schon, du hattest keine andere Wahl. Aber jetzt hast du die Wahl. Nimm die Akte, entferne das Siegel, das sie abschließt und … Sie zögerte. Was und? Sie wich seinen Blick aus, haderte, wirkte plötzlich noch kleiner, als sie eh schon war. Doch sie öffnete ihren Mantel und zog eine kleine Kugel aus ihrer Innentasche. Arthur wusste, um welchen Gegenstand es sich handelte. Ich glaube, es ist besser, wenn du mir kurz die Zauberstäbe von den Zwillingen gibst. Du wirst vermutlich noch heute herausfinden, dass ich recht habe. George trat einen Schritt zurück. Er würde ihr seinen Zauberstab sicher nicht ohne vernünftigen Grund aushändigen. Schon gar nicht, wenn sie ihn mit kryptischen Verheißungen abspeiste. Sein Vater aber zog schweigend die Augenbrauen zusammen. Zögerlich hob er die Hand, zupfte leicht an Isabellas beigem Schal. Selbst im Schummerlicht des Flures waren rote Abdrücke an ihrem Hals zu erkennen. Woher hast du die? fragte er statt zu antworten. Was glaubst du denn? Aber verteidigt ihr nur weiter euren Goldjungen. Lass uns das nicht heute durchkauen. Ich bitte dich nur darum, mir zu glauben. Diesmal um euretwillen. Arthur sah in die Augen der festentschiedenen Frau und fasste einen Entschluss. George, gib ihr deinen Stab und hol Fred. Dad! Keine Widerrede. Hol ihn. Zögernd gehorchte er und ging zurück zur Tafel. Er fixierte seinen Zwillingsbruder und wies ihn durch Kopfnicken an, ihm zu folgen. Verwirrt folgte er ihm. Noch immer standen Isabella und Arthur sich gegenüber und starrten sich schweigend an. Fred hatte vom Gespräch nichts mitbekommen und grinste, als er sie sah. Bücherwurm, was machst du denn hier? fragte er lachend. George war das Lachen vergangen, schweigend händig der ihr seinen Zauberstab aus. Mit ernster Miene nahm Isabella ihn entgegen, hielt die Spitze in die kleine Kugel. Sofort leuchtete diese auf, summte kurz und erlosch. Kommentarlos gab sie George seinen Stab wieder. Fred hatte verstanden, dass nun er an der Reihe war, auch wenn ihm noch keiner den Grund verraten hatte. Da weder sein Vater noch sein Bruder sich erklärten, tat er es George gleich, zog seinen Stab und gab ihn Isabella. Sie wiederholte den Vorgang und händigte Fred seinen Stab ebenfalls schnell wieder aus. Habt ihr Angestellte im Scherzartikel-Laden? Verwirrt schüttelten die Zwillinge parallel den Kopf. Gut, ich war nie hier, wenn einer fragt. Gerade als sie sich abwenden wollte, griff George nach ihrem Arm. Halt, was soll das Theater? Wieder schaute Isabella sich um, als würde sie erwarten, dass sie jemand aus der Dunkelheit überfiel. Ich habe die Zauber der letzten 24 Stunden gelöscht und durch neue ersetzt. Einfacher Haushaltszauber. Ihr habt heute und gestern Amorentia gebraut und abgefüllt. Ich habe eure schädlich schlecht geführten Bücher gelesen. Das sollte besser keiner wissen. Vertraut mir. Fred schaltete sich ein. Woher hast du Einblick in unsere Bücher? Und was soll der ganze Zirkus hier? Arthur schaute sie ebenfalls fragend an. Bei berechtigtem Verdacht hat das Ministerium zur Verfolgung der Straftaten im Zusammenhang mit Muggeln das Recht, sich die Geschäftsbücher anzusehen. Und das habe ich getan. Eine Mühe, die sich aber zu eurem Glück kein anderer gemacht hat. George zuckte kaum merklich zusammen. Was für ein berechtigter Verdacht? Welche Straftat? Auch Arthur schaltete sich ein. Aber du bist nicht mehr befugt. Isabella fuhr herum, schloss ihren Mantel, verdeckte die roten Spuren an ihrem Hals. Ich weiß. Und alle anderen des Ministeriums auch. Dennoch hat mich noch niemand aus dem Informationsverteiler rausgenommen. Ich habe keine Zeit mehr. Denkt einfach daran, dass ich nie hier war. Und Arthur, schau dir die Akte genauer an. Ich habe dir einen Hinweis hinterlassen. Sie drehte sich um und trat die Stufen herab, als Arthur ihr noch hinterher rief. Isabella, es tut mir leid. Kurz blieb sie stehen, drehte sich aber nicht wieder um. Ich weiß. Aber das ändert nichts. Schönen Abend, Arthur, und entschuldig bitte die Störung. Beste Geburtstagsgrüße an deine Frau. Sie apparierte, ehe Arthur antworten konnte. Verwirrt starrten Fred und George in die Dunkelheit, als wäre dort die Antwort auf das sonderbare Verhalten ihres Vaters versteckt. Dieser schüttelte den Kopf und schloss die Tür. Eure Mutter braucht hiervon nichts zu erfahren. Ich erkläre es euch später, murmelte er seinen Söhnen zu und wollte zurück zur Tafel. Dort stand jedoch seine Frau mit verschränkten Armen vor ihm und hob eine Augenbraue. Ich habe schon hiervon erfahren. Was sollte das? Steckt ihr in Schwierigkeiten? Wütend schaute sie abwechselnd Fred und George an. Mom, wir haben nichts getan, wirklich, beschwort George als erster. Fred nickte aufgeregt und schaute zu seinem Vater, der offenbar mehr Details kannte. Eher er jedoch Luft holen konnte, um zu antworten, klopfte es erneut an der Türe. Verwirrt drehte Arthur sich erneut um und öffnete diese. Arthur, schön, dich zu sehen, begrüßte ihn ein älterer Mann mit schneeweißem Haar und gewaltigem Schnauz. Siemers, Walter, so spät noch im Dienst, fragte Arthur gespielt heiter. Wenn sein Kollege Siemers zusammen mit seinem Vorgesetzten hier war, dann war das kein gutes Zeichen. Ja, das Recht schläft nie. Es gibt neue Erkenntnisse zu dem letzten Fall, den du heute abgeschlossen hast, säuserte Siemers. Arthurs Griff um die Akte verstärkte sich. Die Gesichter seiner Kollegen starrten ihn erwartungsvoll an und Arthur trat ihnen entgegen. Als würde sich eine Weissagung erfüllen, öffnete er die Akte, sah die kleine Fußnote und hob den Blick. Ich hab die Akte nicht geschlossen, noch nicht. Aber ihr seid nicht hier, um mit mir über die Arbeit zu plaudern, befürchte ich. Suffisant grinsend trat Siemers einen Schritt näher an Arthur heran, blickte kurz zu den Zwillingen und legte ihm dann die Hand auf die Schulter. Walter schwieg und hielt sich zurück. Offenbar war er als Zeuge dabei. Walter würde in wenigen Wochen in den Ruhestand gehen und als sein Nachfolger stand Siemers hoch im Kurs, weswegen dieser sich bei ihm einzuschmeicheln versuchte. Leider hast du recht. Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass Beth McAllen unter einem Liebestrank stand, im Gegensatz zu ihrer Freundin Alia Miller. Vermutlich wurde er also von ihr verwendet. Alia Miller ist aber ein Muggel und dürfte gar keinen Zugang zu Amorentia haben. Wir haben einen Verdacht, wer ihn an sie verkauft haben könnte. Fred und George Weasley händigt uns eure Zauberstäbe aus, forderte Siemers. Sein Gesicht war siegessicher. Wir verkaufen dich, dein Muggel, schon gar keine Liebestränke, verteidigte Fred sie. Siemers überlegte den Kopf leicht zurück, schaute Fred abschätzend an. Und doch haben wir eine Filiole mit einem hübschen W in der Tasche der Dame gefunden. Mit Amorentia in einer viel zu hohen Konzentration, als dass es jemals hätte verkauft werden dürfen. Offenbar manipuliert. Wir wollen nur sicher gehen, dass ihr nichts damit zu tun habt, sagte er beinahe großväterlich und rieb sich die Hände, als stünde ein Festmahl bevor. In Georges Kopf fügten sich die Puzzleteile zusammen. In sich ruhend griff er nach seinem Stab und hielt ihm dem überraschten Alten unter die Nase. Sie verschwenden ihre Zeit, aber fein, dann macht eure Kontrolle und verschwindet wieder. Verwundert nahm der Ältere den Stab entgegen und hielt die Spitze in der Öffnung einer kleinen Kugel, die er aus seinem Umhang fischte. Futzauber, Feuerzauber, Accio und Wingardium Leviosa. Heute nichts abgefüllt, gebraut, hergestellt für den Laden? George nahm ihm den Stab ab, ehe er einen Schritt auf ihn zuging. Am Geburtstag meiner Mutter habe ich etwas anderes zu tun, und ich habe auch Besseres zu tun, als mich beschuldigen zu lassen. Arthur legte seinem Sohn die Hand auf die Schulter. Fred trat hervor und hielt dem Mann ebenfalls seinen Stab entgegen. Beallt euch, ich will Kuchen, forderte er schnottrig. Seamus nahm den Stab und wiederholte, was er zuvor mit George getan hatte. Arthur, deine Söhne haben erschreckend wenig Manieren dem Ministerium gegenüber, kommentierte er. Arthur aber hob nur eine Augenbraue. Was erwartest du? Du wirst ihnen Ungeheuerliches vor. Frustriert gab er Fred den Zauberstab wieder, trat einen Schritt zurück. Ungeheuerliches ist diesem Mädchen passiert, und ich werde herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Wir entschuldigen uns für die Störung. Wir sehen uns am Montag im Büro, ratterte er die Phrase herunter, als hätte er sie bereits tausendmal aufsagen müssen. Arthur sah Waters verwirrendes Lächeln, bevor sie beide ohne weiteren Kommentar verschwanden. Ehe einer sprach, schloss Arthur die Türe, klammerte noch immer die Akte an seine Brust. Dad, du musst uns einiges erklären, forderte Fred. Auch Molly hatte sich nicht bewegt, wollte antworten. Lediglich George schien noch in seinem eigenen Kopf nach Lösungen zu suchen. Seine Gedanken wurden unterbrochen, als Arthur sich an ihm vorbeischob und sich wieder an den Tisch setzte. Seufzend lehnte er sich zurück, wartete, bis die Familie wieder am Tisch versammelt war und ihn erwartungsvoll anstarrte. Isabella Esra hat bis heute Mittag noch in der Strafverfolgung in meiner Abteilung gearbeitet. Sie wurde nun degradiert, die Gründe tun hier nichts zur Sache. Der Fall war eigentlich einfach gelöst. Ein Mädchen geht mit ihrer Freundin in eine Bar. Jemand gibt die Amorentia und das Drama nimmt seinen Lauf. Leider war diese Bar bereits für Prostitution bekannt, entsprechendes Klientel war anwesend. Alia hat ihre Freundin vor einem aufdringlichen Verehrer befreit und sie ins Krankenhaus gebracht. Dort hat man festgestellt, dass sie unter einem Liebestrank stand, klarer Fall von Missbrauch eines Liebestrankes. Anzeige gegen Unbekannt wurde aufgegeben. In Gedanken versunken öffnete Arthur die Akte. Offenbar durfte Alia aber gar nichts von dem Trank wissen, da sie ein Muggel ist. Dennoch hat sie Beth ins St. Mungus gebracht und sofort den Verdacht von Amorentia geäußert. Die Konzentration war offensichtlich dreimal so stark, wie sie für den freien Verkauf zulässig ist. Von der Fiole fehlte eigentlich jede Spur, aber scheinbar wurde sie gefunden. Arthur nahm ein kleines Foto aus der Akte. Die kleine Flasche war geschmückt mit dem wohlbekannten W der Weasley-Produkte. George schlug mit der Faust auf den Tisch. Da will uns einer was anhängen. Wir haben eine Genehmigung und wir verkaufen nur legale Tränke. Überall legte Fred die Hand auf die Schulter, sprach, ehe er sich einschalten konnte. Vielleicht ist euch beim Brauen ja ein Fehler unterlaufen. Fehler passieren, mutmaßte sie. Hermine aber schaltete sich ein. Dann hätte der Trank nicht funktioniert. Eine solch hohe Konzentration kann einem nicht aus Versehen passieren. Entweder braut man ihn absichtlich so stark oder man manipuliert ihn nachträglich. George schrieb sich die Schläfen. Woher wusste Ezra davon? erkundigte George sich. Arthur zuckte mit den Schultern. Gute Frage. Offenbar wäre jemand schlampig und hat sie über den Verteiler über die neuen Erkenntnisse informiert. Nach ihrer Degradierung hätte sie es nicht erfahren dürfen. Da ich heute früher Feierabend gemacht habe, ist die Information an mir vorbeigegangen. Molly murmelte in Gedanken. Oder sie haben dir absichtlich nichts gesagt, damit du deine Söhne nicht schützen kannst. Empört schlug Arthur auf seine Oberschenkel. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Natürlich ist Simus kein großer Fan von mir, aber ich habe unter meinen Mitarbeitern loyale Menschen. Keiner hätte mich ins offene Messer rennen lassen. Das Ganze werde ich am Montag regeln. Fred, George, dann Isabella steht ihr nicht mehr im Fokus der Ermittlungen. Dennoch muss ich herausfinden, was hier vor sich geht. Das kann allerdings bis Montag warten. Wir sollten uns die Stimmung nicht verhageln lassen von diesem unglücklichen Zwischenfall. Heiter griff Arthur nach seinem Kelch und trank ihn in einem Zug leer. Grinsend scherzte er, doch Fred und George beschlicht das ungute Gefühl, dass das erst der Anfang war. Das war das erste Kapitel von Hidden Lies, der neuen Harry Potter Fanfiction. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du likest dieses Video, abonnierst meinen Kanal und hinterlässt mir einen Kommentar mit deiner Meinung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Außerdem freue ich mich, wenn du dich mit mir auf Instagram verbindest. Dort heiße ich janna-ambrosi-sprecherin. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana Ich wünsche dir erstmal eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche.